Er trug die Leiche hinaus auf den Tennisplatz. Auf Spitze, immer der weißen Linie folgend, die die Aufschlagwälder teilt, schleuderte sie über das Netz fünf Fuß in Richtung Grundhüge. Malo Tippe. Ja. Mr. White. Ja. Wollen Sie nicht da reinkommen? Nein. Ich bin in meinem neuen Roman, Die Leiche auf dem Tennisplatz, gerade bei der Lösung des Knotens angekommen, würden Sie auch sagen, dass der Kriminalroman die ideale Unterhaltung großer Geister ist. Und Sie wollen also meine Frau heiraten? Nun. Ja. Mit Ihrer Einwilligung, natürlich. Natürlich. Chanté. Können Sie es sich leisten? Können Sie es sich leisten, sich von mir zu entfernen? Was? Pein, dass Sie mich so schnell verstehen. Ich will, dass Sie die Juwelen stehlen. Ich will, dass Sie die Juwelen stehlen, und zwar heute Nacht. Margrin ist außer Haus, eine technische Gelegenheit. Das ist nur ein Witz. Sie wissen genau, dass das keiner ist. Fünf, vier, drei, zwei. Na, Inspektor, was kann ich also tun? Ich stelle Nachforschung und kann eine abgängige Person treffen. Abgängige Person? Ja, Sir, ein gewisser Mr. Milo Timmel. Kennen Sie ihn? War pół-Meing- Alle Erалы und Appartieren. Schon wieder. Ich sage ihn. Untertitelung des ZDF, 2020